Blood on the Clock Tower ist eins der besten, wenn nicht gar das beste Social-Deduction-Spiel da draußen. Zumindest kann es das sein, wenn man gut vorbereitet ist und weiß, was man da erwartet. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ich werde euch in den nächsten Minuten erzählen, was euch bei diesem Spiel erwartet, wie der Ablauf ist, was die wichtigsten Regeln und Mechanismen sind. Und am Ende gebe ich euch noch ein paar ganz konkrete Tipps, wie ihr eine richtig gute erste Erfahrung mit diesem Spiel macht. Auf geht's! Blood on the Clock Tower entführt euch in das idyllische Dorf Ravenswood Bluff, zu Deutsch Rabenholz. Da geht ihr normalerweise euren ganz alltäglichen Dingen nach. Aber ihr habt schon gemerkt, in den letzten Tagen gab es komische Ereignisse und Zeichen. Und eines Morgens seht ihr eine Leiche am Glockenturm hängen. Und euch ist klar, irgendwas stimmt hier nicht. Ein Dämon hat sich unter euch gemischt. Und ihr müsst jetzt rausfinden, wer dieser Dämon ist. Vielleicht hat er auch noch ein paar üble Schergen mitgebracht, die ihn unterstützen. Ihr wollt den Dämon ausfindig machen, exekutieren und das Dorf damit retten. Zumindest, wenn ihr im guten Team seid. Wenn ihr im bösen Team seid, dann wollt ihr genau das Gegenteil. Da wollt ihr euch ordentlich durch das Dorf durchschnetzeln und am Ende als böses Team den Sieg davon tragen. Blood on the Clock Tower ist ein klassisches Social-Deduction-Spiel. Das heißt, ihr spielt es in einer größeren Gruppe mit vielen Spielern. Jeder bekommt am Anfang des Spiels eine geheime Rolle und hat in diesem Spiel eine ganz spezielle Fähigkeit. Und gehört einem Team an. Dem guten Team oder dem bösen Team hat also unterschiedliche Spielziele. Und bei diesem Spiel ist es wirklich auch ein elementarer Bestandteil, dass man miteinander kommuniziert, dass man Informationen austauscht, dass man sich auch belügt und blöfft und auch eventuell nicht die Unwahrheit sagt. Und das ist natürlich etwas, was man mögen muss. Das muss man auch wissen, wenn man in dieses Spiel einsteigt. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, blöffen gehört ja dazu. Und ist auch gar nicht so schlimm und unangenehm, wie man das vielleicht aus anderen Spielen kennt. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, dann kommt ihr meistens irgendwo in einen Raum, seht einen größeren Stuhlkreis. Da setzt ihr euch dann irgendwo hin, nehmt irgendwo Platz. Und das ist schon mal ganz wichtig. Das ist ein Stuhlkreis, bei dem jeder seinen festen Sitzplatz hat. Ihr könnt dann im Laufe des Spiels natürlich auch aufstehen, das ist auch gewollt von dem Spiel, rumlaufen, euch mit einzelnen Leuten austauschen. Aber am Ende des Tages kehrt ihr immer wieder auf eurem Platz zurück, weil die Sitzordnung tatsächlich auch spielmechanisch eine Relevanz in dem Spiel hat. Eine Person werdet ihr relativ schnell identifizieren, das ist euer Storyteller. Das ist die Person, die euch durch den Abend führt. Die hat das Spiel vorbereitet, die hat das Setup gemacht. Die weiß dann auch, wer welche Rolle ist. Die führt euch durch den Abend, guckt auf die Zeit, schaut, dass die einzelnen Rollen ihre Informationen bekommen und ihre Fähigkeiten nutzen können. Schaut, wie das mit dem Nominieren ist und führt euch eben einfach insgesamt durch diesen Abend. Die Person ist auch für Regelfragen zuständig. Also wenn euch irgendwas unklar ist, dann könnt ihr immer den Storyteller ansprechen, vielleicht auch während des Tages einfach unter vier Augen und könnt einfach bestimmte Fragen stellen zu eurer Rolle. Der ist wirklich dafür da, dass ihr alle eine gute Zeit habt und einen schönen Spieleabend habt. Und diese Person hat auch ein ganz, ganz wichtiges Utensil, nämlich das sogenannte Grimoire, das Zauberbuch, in dem alle Informationen über diese Partie getrackt werden. Da stehen also alle Rollen drin und auch die gesagte Spielsituation aktuell. Und dieses Zauberbuch ist für euch natürlich tabu. Da dürft ihr während des ganzen Spiels nicht reinschauen, sonst würdet ihr euch den Spaß nehmen. Das steht meistens auch irgendwo in der Ecke. Manchmal läuft der Storyteller damit aber auch rum. Also achtet darauf, dass da ihr nicht reinschauen dürft, denn das ist wirklich Information, die ihr nicht wissen solltet, sonst macht ihr das Spiel kaputt. Der Storyteller wird euch am Anfang auch eine Einführung in das Spiel geben, eine kurze Regelerklärung. Der wird so ziemlich genau auch das sagen, was ich euch in dem Video jetzt erzähle. Und dann kommt ein wirklich sehr, sehr spannender Moment in dem Spiel, nämlich wenn man seine eigene Rolle zieht. Da wird ein Säckchen rumgegeben, da greift ihr dann rein und da sind dann je nach Spieleranzahl entsprechend viele Tokens drin. Und dann zieht ihr quasi euren Charakter, wen ihr in diesem Spiel spielen werdet. Da solltet ihr auch darauf achten, dass ihr wirklich nur ein Token aus dem Sack zieht. Diese Tokens haben eine glatte Vorderseite und so eine filzige Rückseite, damit die in dem Grimoire auch haften. Da mal gucken, dass da nicht Sachen zusammenhaften. Also wenn ihr zwei glatte Seiten spürt, dann sind das wahrscheinlich zwei Tokens. Weil wenn ihr zwei Tokens aus dem Beutel zieht, dann kann man den ganzen Prozess wieder von vorne anfangen. Kommt Gott sei Dank selten vor, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen. Und dann seht ihr natürlich, welche Rolle ihr in diesem Spiel verkörpert. Und das ist mal ein ganz, ganz spannender Moment, weil ihr hier auch erfahrt, in welches Team ihr eigentlich gehört. Also die wichtigste Information, die ihr herauslesen könnt jetzt erstmal, ist es ein blaues Token, dann seid ihr im guten Team, oder ist es ein rotes Token, dann seid ihr im bösen Team. Und jetzt vielleicht auch noch eine ganz, ganz wichtige Regel. Ihr dürft in diesem Spiel behaupten und sagen und bluffen, was ihr wollt. Egal, ob ihr guter oder böser Spieler seid, ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr wollt. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft niemandem euer Charakter-Token zeigen. Das ist nur am Anfang relevant, weil das dann auch relativ schnell vom Storyteller wieder eingesammelt wird. Der braucht es ja für seinen Grimoire, damit er den Überblick hat. Aber ihr dürft in dem Moment nicht anderen Leuten euer Charakter-Token zeigen, weil damit würdet ihr auch das Spiel brechen. Also das müsst ihr wirklich für euch geheim halten, damit niemand eure Rolle erfährt. Wenn ihr dann verdaut habt, ob ihr im guten oder im bösen Team seid, ist natürlich für euch noch relevant, welchen Charakter spielt ihr denn jetzt eigentlich genau. Und da muss man schon mal wissen, es gibt bei dem guten und bei dem bösen Team jeweils eine Unterscheidung nochmal in zwei Unterkategorien. Im blauen, also im guten Team, gibt es einmal die Dorfbewohner, Townsfolk, und die Outsider, die Außenseiter. Der Unterschied ist, dass die Dorfbewohner meistens eine sehr, sehr gute Fähigkeit haben, die hilft, das Puzzle so ein bisschen zu lösen und den Dämon zu finden, während die Outsider meistens eher eine negative Fähigkeit haben, die das Ganze, den Dorfbewohnern nochmal ein bisschen schwerer macht, den Dämon zu finden. Aber die gehören auch zum guten Team und die gewinnen auch mit dem guten Team. Bei den Bösen gibt es die Unterscheidung zwischen Dämon und Minions, also zwischen dem Hauptboss, dem Oberbösewicht und seinen Schergen. In Trouble Brewing, das wird wahrscheinlich das Script sein, das ihr spielen werdet, weil das ist wirklich auch ganz klar empfohlen als Anfängerskript, gibt es nur einen Dämon, nämlich den Imp. Der bringt dann jede Nacht jemanden um, der kann sich theoretisch auch selber umbringen, damit der Dämon auf einen anderen, der Minions, überspringt. Aber ansonsten gibt es da erstmal gar nicht so viel Varianz. Das ist also relativ klar. Der Imp ist im Spiel und den gilt es zu töten. Dann gibt es darüber hinaus aber eben auch noch Minions, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen. Und die haben auch ganz, ganz besondere Fähigkeiten, mit denen sie den Dämon unterstützen können, mit denen sie Falschinformationen reinbringen ins Dorf und mit denen sie eben dafür sorgen können, dass der Dämon unerkannt bleibt. Und meine Empfehlung, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, ist, wenn ihr das Charakter-Token rauszieht, schaut euch einfach erstmal an, was dieser Charakter macht. Was ist die Fähigkeit von diesem Charakter, den ihr heute verkörpert? Ist euch das alles klar, was der macht? Gibt es irgendwelche Unklarheiten? Wenn ja, solltet ihr nicht an diesem Zeitpunkt, aber dann quasi bei der erstbesten Gelegenheit am folgenden Tag einfach mal den Storyteller unter vier Augen aufsuchen und nochmal fragen, was genau bedeutet das denn, wenn irgendwelche Unklarheiten sind? Und dann seid ihr erstmal schon mal gewappnet, um in das Spiel einzusteigen. Storyteller machen das ganz unterschiedlich. Manche lesen wirklich alle Charaktere vor, bevor das Spiel losgeht. Ich bin da nicht so ein großer Fan davon. Ich schmeiße die Leute eher ins kalte Wasser. Einfach deswegen, weil es fast unmöglich ist, wenn man irgendwie das Spiel neu kennenlernt, dass man sich diese ganzen 22 oder 25 verschiedenen Charaktere, die auf dem Skript stehen, wirklich alle merken kann. Ich sage dann meistens immer nur ein paar wichtige Mechanismen, ein paar wichtige Charaktere, die man kennen sollte, weil das spielmechanisch relevant ist. Ansonsten reicht es aber, wenn man erstmal weiß, was seine eigene Rolle ist. Und man findet dann in der ersten Partie auch schon raus, was die anderen Spieler denn so können, welche Rollen es da noch so gibt. Manche haben da ein Problem mit und wollen irgendwie lieber gerne alles vorher wissen. Das kann ich auch total verstehen. Da wäre immer ein ganz klarer Tipp, wenn ihr in diese Kategorie gehört, schaut euch die Rollen vorher an. Ihr könnt euch die Skripts online auch runterladen. Es gibt auch eine Wiki-Seite vom Verlag, da sind die ganzen Charaktere alle drauf. Da gibt es sogar auch weitere Infos, wie man diese Charaktere gut spielt, was es da für taktische Möglichkeiten gibt. Das könnt ihr euch im Vorfeld schon mal anschauen, da seid ihr noch ein bisschen besser gewappnet. Aber ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht unbedingt notwendig. Ihr werdet in der ersten Partie sowieso ein bisschen schwimmen. Es ist alles irgendwie ein bisschen viel an Informationen, was da alles passiert. Lasst euch da einfach drauf ein. Und am Ende dieser ersten Partie werdet ihr, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Verständnis dafür haben, wie dieses Spiel funktioniert. Was auch wichtig ist, welche Rollen theoretisch in diesem Spiel vorkommen können, wird durch das sogenannte Skript festgelegt. Bei Trouble Brewing gibt es 22 verschiedene Rollen. Die sind eben auch dementsprechend alle aufgelistet auf so einem Sheet, was ihr meistens dann auch in der Hand haben werdet. Und ihr wisst, diese Rollen können theoretisch im Spiel sein, aber natürlich nicht alle. Also wenn ihr mit zwölf Leuten spielt, dann sind zwölf dieser Rollen im Spiel. Und jede Rolle ist auch nur ein einziges Mal im Spiel. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt der Detektiv seid, der Investigator, dann wisst ihr, dass niemand anderes der Investigator sein kann. Wenn das irgendjemand behauptet, dann stimmt da schon mal irgendwas nicht. Weil jede Rolle gibt es wie gesagt nur ein einziges Mal. Es ist auch wichtig, wie viele Rollen von den einzelnen Kategorien im Spiel sind. Bei zwölf Spielern zum Beispiel sind es neun gute, sieben Dorfbewohner und zwei Outsider und drei böse Spieler, ein Dämon und zwei Schergen. Das hängt aber wie gesagt von der Spieleranzahl ab. Und da gibt es eine schöne Tabelle, die liegt meistens dann auch irgendwo im Raum aus. Da könnt ihr dann auch immer nochmal drauf schauen, weil es natürlich auch theoretisch relevant sein kann, wie viele Outsider denn zum Beispiel im Spiel sind. Das müsst ihr euch am Anfang nicht merken. Das könnt ihr quasi dann auf dieser Tabelle immer nachschauen. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, warum gibt es denn jetzt überhaupt eigentlich dieses Skript, wo diese Rollen alle draufstehen? Naja, man muss sagen, ihr spielt wahrscheinlich jetzt erstmal ein Basisskript, vermutlich Trouble Brewing, da sind 22 Charaktere drauf. In Blood and the Clock Tower gibt es aktuell aber 144 verschiedene spielbare Charaktere. Und natürlich kann man nicht einfach irgendwelche Charaktere wild zusammenwürfeln. Da hätte man überhaupt gar keine Grundlage mehr zu deduzieren, wer könnte eigentlich wer sein. Deswegen ist dieses Spiel immer so aufgebaut, dass es in Skripten organisiert ist. Also es gibt immer eine Vorauswahl von Charakteren, die überhaupt theoretisch in dieser Partie vorkommen können. Das habt ihr dann in der Hand, das könnt ihr immer nachlesen. Und aus denen fällt der Storyteller am Anfang dann quasi seine Auswahl, welche von denen nach bestimmten Vorgaben in dem Beutel landen. Was ist jetzt euer Spielziel? Wenn ihr im guten Team seid, dann wollt ihr ganz plain und simple den Dämon finden und exekutieren. Wenn der Dämon tot ist, habt ihr das Spiel gewonnen. In der Regel. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar einzelne Charaktere, die mit dieser Mechanik auch noch ein bisschen spielen. Aber das ist euer Ziel. Wenn ihr im bösen Team seid, dann wollt ihr genau das Gegenteil. Ihr wollt, dass der Dämon möglichst lange überlebt. Und wenn irgendwann die Situation eintritt, dass es nur noch zwei lebende Spieler gibt und einer von den beiden ist der Dämon, dann hat das böse Team gewonnen. Es gibt auch noch ein paar andere Extra-Siegbedingungen. In Trouble Brewing ist es zum Beispiel der Bürgermeister, der bringt nochmal eine Extra-Siegbedingung rein. Im Großen und Ganzen ist aber das quasi das Spielziel, auf das ihr euch erstmal fokussieren solltet. Der nächste wichtige Punkt ist, wie die generelle Struktur dieses Spiels ist. Nämlich ist es in Tagen und Nächten eingeteilt. Und das Ganze beginnt auch mit einer ersten Nacht. Und in dieser Nacht haben alle die Augen geschlossen und werden dann eventuell, je nachdem, welche Rolle sie haben, vom Storyteller geweckt, dürfen bestimmte Entscheidungen treffen, kriegen bestimmte Informationen und werden dann wieder schlafen geschickt und machen die Augen zu. Es kann auch sein, dass ihr eine Rolle habt, die gar nicht aufwacht in der Nacht. Dann müsst ihr einfach ein paar Minuten die Augen zumachen und eventuell der Musik lauschen oder was eben sonst irgendwie an Unterhaltungsprogramm währenddessen geboten wird. Das ist auch ganz wichtig. Ihr dürft da nicht einfach die Augen aufmachen und blinzeln. Damit würde das Spiel natürlich auch total kaputt machen. Und wenn alle dann quasi in der Nacht dran waren, die dran kommen müssen, dann geht das Ganze wieder mit dem Tag weiter. Und am Tag ist es so, dass die Leute miteinander kommunizieren, Informationen austauschen, Taktiken und Strategien schmieden, überlegen, wie sie vielleicht vorangehen wollen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man dann nicht immer in dem großen Kreis sitzt, sondern dass man da auch aufsteht und dass man rumläuft, dass man sich in Zweiergruppen und Dreiergruppen auch mal austauscht, dass man bestimmte Informationen nur an einzelne Leute wiedergibt. Andere sind vielleicht wirklich für die große Gruppe interessant. Und am Ende des Tages kommen alle wieder zusammen auf dem Dorfplatz, haben da auch noch mal ein bisschen Möglichkeit, sich in der großen Gruppe auszutauschen. Und dann findet ein Nominierungsprozess statt, an dessen Ende dann im Idealfall eine Person ausgewählt wird, die exekutiert wird, die stirbt und dann geht es danach sofort wieder in die Nacht. Und man muss in der Regel niemanden exekutieren, zumindest nicht in Trouble Brewing, im Basis-Skript. Es gibt dann später auch Skripte, da ist es sehr, sehr ratsam, jemanden zu exekutieren, weil Böse auch gewinnen kann, wenn das nicht passiert. Aber ihr müsst es nicht tun. Es sei aber gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr als gutes Team gewinnen könnt. Am Anfang ist man da oft noch zurückhaltend und sagt, ach, ich weiß nicht, ich habe ja gar keine Ahnung, wer jetzt wirklich böse sein könnte, vielleicht sollten wir niemanden umbringen. Wenn ihr das aber allzu häufig macht, dann ist die einzige Person, die in dem Spiel jemanden tötet, der Dämon. Und der tötet nur gute Spieler. Und ihr habt eigentlich gar keine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also fasst euch irgendwann ein Herz und bringt auch mal irgendjemanden um. Das ist auch gar nicht so schlimm, wenn jemand stirbt. Dieser ganze Prozess wiederholt sich dann, wie gesagt, so lang, bis eine der beiden Siegbedingungen eintritt und die guten oder die bösen Spieler das Spiel gewonnen haben. Ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal auf die erste Nacht nochmal dezidierter eingehen, weil das ist natürlich das, was man als allererstes in dem Spiel erlebt, noch bevor man dann rumläuft und sich mit anderen Leuten austauscht. Deswegen ganz, ganz wichtig, was passiert denn in dieser ersten Nacht alles? Zum Ersten wird der Dämon geweckt und dem wird gesagt, wer seine Minions sind. Und auch andersrum, die Minions werden geweckt und ihnen wird gesagt, wer sind denn die anderen Minions und wer ist der Dämon? Das heißt, das böse Team ist zwar ein kleineres Team, aber die kennen sich von Anfang an untereinander und wissen, wer alles im Team ist. Dann kriegt der Dämon in der Nacht drei Bluffs. Also ihm werden drei Charaktere gezeigt, die auf dem Skript stehen, aber die nicht im Beutel waren, also die hier nicht vorkommen können in diesem Spiel. Und als diese Person kann er bluffen. Also er kann anderen Leuten sagen, er ist diese Rolle, ohne dass es erstmal groß auffällt. Wichtig, die Minions bekommen diese Info nicht. Die kann der Dämon aber natürlich im Laufe der nächsten Tage an die Minions auch weitergeben. Sollte er auch machen, damit die auch ein bisschen was in der Hand haben. Und damit hat das böse Team zumindest schon mal irgendwas in der Hand, mit dem sie vom Start weg auch gut arbeiten können. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Charakteren, die aufwachen, je nachdem, welche Fähigkeit sie haben. Es gibt in Trouble Brewing vier First-Night-Info-Rollen, also vier Rollen, die nur in der allerersten Nacht eine Information bekommen, eine sehr, sehr starke Info, die auch hilft, das Spiel so in Gang zu bringen, aber danach werden die nicht mehr aufgeweckt. Dann gibt es andere Charaktere, die werden jede Nacht aufgeweckt und erfahren da irgendwelche Informationen. Oder sie können ihre Fähigkeit einsetzen, können einen Spieler auswählen und den Spieler schützen oder können den Spieler angreifen oder andere wilde Dinge machen. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch immer noch Charaktere, die eben gar nicht aufwachen, weil deren Fähigkeit nur am Tag triggert. Und was auch ganz wichtig ist, das ist vielleicht für die erste Partie noch nicht so relevant, aber ihr solltet es wissen, es gibt eine genaue Reihenfolge, in der diese Sachen passieren. Es gibt eine Night Order, also für die erste Nacht und auch für alle folgenden Nächte, was der Storyteller in welcher Reihenfolge macht. Das ist auch ganz relevant, weil manche Mechanismen und Fähigkeiten von verschiedenen Figuren und Charakteren sich auf andere auch auswirken. Also wenn ich der Mönch bin und ich darf jemanden vor dem Dämon schützen, dann macht das natürlich nur Sinn, wenn ich vor dem Dämon dran bin, weil sonst könnte der quasi ja den, den ich schützen will, schon vorher umgebracht haben. Und da werdet ihr, wenn ihr das Spiel öfter seht, auch merken, das ist tatsächlich auch relevant, in welcher Reihenfolge die Dinge so passieren. Ist jetzt für die erste Partie gar nicht so wichtig für euch, aber dass ihr sie schon mal gehört habt, das folgt alles einem sehr, sehr strukturierten Ablauf. Was natürlich auch vollkommen klar ist, dass die Kommunikation zwischen dem Storyteller und zwischen euch als Spieler in der Nacht natürlich nonverbal erfolgt. Der kann natürlich euch nichts sagen, sondern der muss euch das mit Gesten zu verstehen geben. Und da gibt es ein paar Gesten, die man einfach kennen sollte. Wenn ihr zum Beispiel die Arme ausbreitet und in die Runde zeigt, dann möchte er wahrscheinlich, dass ihr einen Spieler auswählt. Wenn ihr das gemacht habt, dann wird er oft auch da hingehen und mit dem Finger auf den Spieler nochmal zeigen und will eine Bestätigung von euch mit dem Kopf nicken, ob ihr auch wirklich die richtige Person jetzt ausgewählt habt. Manchmal gibt es ein Ja im Sinne eines Kopfnickens oder ein Nein im Sinne eines Kopfschüttelns. Manchmal werden euch Zahlen angezeigt, 0, 1, 2, 3, 4. Daumen hoch bedeutet ein gutes Alignment, also gehört zum guten Team. Daumen nach unten bedeutet ein böses Alignment, gehört also zum bösen Team. Und dann gibt es auch noch unterschiedliche andere Dinge, die passieren können. Zum Beispiel, dass euch der Storyteller bestimmte Rollen zeigt oder dass er auf dem Skript auf irgendeine Rolle deutet oder dass ihr einen Charakter zum Beispiel auswählen müsst, den deutet ihr dann auf dem Skript an und zeigt es dem Storyteller. Diese Dinge passieren natürlich alle nonverbal, also ihr dürft dann, wenn ihr aufgeweckt werdet, nicht reden. Und der Storyteller wird euch auch keine verbale Bestätigung geben. Und auch ganz wichtig, irgendwann schickt er euch auch wieder in die Nacht mit einer Geste und dann müsst ihr auch wieder die Augen zumachen. Was der Storyteller normalerweise auch vor der ganzen Partie mit euch klären wird, ist, wie er euch aufwecken wird. Wird er euch am Knie berühren? Wird er euch an der Schulter berühren? Das ist ja unterschiedlichen Spielen auch unterschiedlich recht. Also das wird meistens auch vorher irgendwie geklärt. Dann erschreckt ihr auch nicht, wenn ihr irgendwie aufgeweckt werdet. Und normalerweise wisst ihr auch, dass ihr aufgeweckt werdet, weil eure Rolle das eben vorgibt oder auch nicht. Erschreckt auch nicht, wenn die erste Nacht ein bisschen länger dauert. Das ist bei dem Spiel auch ganz häufig so, weil in der ersten Nacht wirklich sehr, sehr viele Informationen vom Storyteller an die Spieler gegeben werden. Gerade auch in einer Runde mit neuen Spielern wissen die vielleicht auch nicht gleich so, was die genau machen müssen. Also das dauert manchmal ein bisschen. Aber ich kann euch schon mal versichern, die folgenden Nächte werden dann meistens immer ein bisschen kürzer. Das trifft übrigens auch auf die Tage zu. Und dann dürfen irgendwann alle die Augen aufmachen und ihr erfahrt, der Storyteller ist umgebracht worden und ihr müsst seinen Tod rächen. Und jetzt geht es los. Jetzt geht es darum, Informationen einzusammeln und rauszufinden, also werdet ihr, wie gesagt, in der großen Gruppe und auch in kleineren Gruppen eben miteinander reden, werdet euch anvertrauen, werdet irgendwie Verdächtigungen eventuell schon aussprechen, werdet Taktiken und Strategien entwickeln, was ihr denn als nächstes irgendwie machen könntet, um was rauszufinden. Und am Ende des Tages, der so in der Regel als erster Tag meistens so acht bis zehn Minuten dauert und auch da werden die Tage im Laufe des Spiels dann immer kürzer, weil ja schon sehr, sehr viele Informationen auch geflossen sind, werdet ihr euch wieder im Town Square zusammen treffen, könnt ihr euch in der großen Gruppe noch austauschen und dann kommt es zur Nominierungsphase und dann eben auch zu einer Exekution im Idealfall. Und das ist auch ein Prozess, der wirklich ganz, ganz standardisiert abläuft. Jeder Spieler darf im Laufe eines Tages maximal einmal nominieren und darf einmal nominiert werden. Das heißt nicht, dass jeder nominiert werden muss, aber wenn einer nominiert worden ist und dann nicht auf den Block geschickt wird, dann ist er für diesen Tag erst mal safe. Dann ist auch ganz wichtig, dass diese Nominierung immer einem ganz strukturierten Prozess folgt. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich nominiere Dennis, dann ist ganz klar, okay, Thomas nominiert Dennis, sag uns bitte warum. Dann habe ich erstmal die Möglichkeit, eine Anklage zu formulieren, warum ich das jetzt gut finde, dass wir Dennis exekutieren. Und dann kommt Dennis dran und der kann sich verteidigen und kann sagen, warum er das für keine gute Idee hält und warum er gerne am Leben bleiben möchte. Und wenn das passiert ist, dann kommt die Abstimmung und diese Abstimmung wird dann auch irgendwie ohne große Zwischenrufe und Diskussionen durchgeführt und dann wird geguckt, quasi wie dieses Abstimmungsergebnis ist und dann kann auch wieder weiter diskutiert werden. Also das ist auch wirklich eine Sache, da ist ein großes Augenmerk bei diesem Spiel, dass wirklich die beiden Personen, die dann da involviert sind, wirklich den Raum haben, sich zu äußern und da nicht auch irgendwie niedergeschrieben werden von anderen, sondern die beiden können sich dann äußern und dann wird die Entscheidung getroffen. Und diese Abstimmung funktioniert so, dass sich der Storyteller dann mit seinem ausgestreckten Arm zu diesem Nominierten hinstellt, zählt dann auch runter und dann dreht er sich quasi wie der Uhrzeiger einer Uhr, einmal im Kreis und schaut an jeder Stelle, wo er mit seinem Arm vorbeikommt, ob der Spieler, der da sitzt, die Hand hebt und sagt, ich bin dafür, den bringen wir um oder die Hand eben nicht hebt und sagt, er ist nicht dafür. Und es wird am Anfang auch immer angesagt, wie viele Stimmen es braucht. Es braucht nämlich immer die Hälfte der Stimmen der lebenden Spieler. Also wenn noch acht Leute leben, dann braucht man mindestens vier Stimmen, um jemanden quasi zur Exekution zu merken. Das Ganze auch übrigens aufgerundet. Also bei neun Spielern sind es dann schon fünf Stimmen, die man braucht. Und dann ist diese Person entsprechend vorgemerkt. Auch ganz wichtig, wenn dieser Uhrzeiger bei euch vorbeikommt, dann müsst ihr die Hand heben oder nicht. Da könnt ihr nicht hinterher sagen, oh, ich wollte aber noch und ach, ich hätte die eigentlich irgendwie da runtergenommen. Das muss man relativ strikt auch machen, weil das spielmechanisch und vom Informationsgewinn auch tatsächlich wichtig ist in dem Spiel. Ja, und dann ist diese Person erst mal vorgemerkt, wenn genug Stimmen zusammengekommen sind und ist auf dem Block. Und das heißt aber noch lange nicht, dass die Person auch exekutiert wird. Also es kann jemand anderes auch eine Gegennominierung machen und sagen, ich möchte aber gern, dass Christoph nominiert wird. Und dann wird der ganze Prozess wieder wiederholt. Und wenn Christoph dann mehr Stimmen bekommt, dann ist der für die Exekution vorgemerkt und dann ist es dann wieder frei. Wenn es einen Gleichstand gibt, dann sind beide wieder vom Block und beide nicht mehr für die Exekution vorgemerkt. Das macht man dann so lange, bis man sich auf irgendjemanden geeinigt hat oder eben festgestellt hat, man möchte heute keinen exekutieren. Dann wird die Person exekutiert und normalerweise geht es dann danach direkt wieder auch gleich in die nächste Nacht, wo dann wieder Informationen ausgetauscht werden. Außer ihr habt den Dämon erwischt und das gute Team hat damit gewonnen. Ein ganz, ganz relevanter Punkt bei diesem Spiel ist, dass es nicht schlimm ist zu sterben. Es hat natürlich gewisse Auswirkungen, wenn ein Spieler stirbt, dann ist sozusagen dessen Charakter tot und man existiert dann nur noch als Geist weiter. Das heißt, man kann seine Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Also das, was auf dem Charakter-Token draufsteht, das funktioniert jetzt nicht mehr. Wenn man zum Beispiel nachts aufgeweckt worden ist bisher, dann wird man das jetzt eben nicht mehr und kann seine Sachen eben nicht mehr durchführen. Aber man nimmt trotzdem noch genauso am Spiel teil. Man kann sich in weiteren Kleingruppen miteinander unterhalten, man kann sich in der großen Runde unterhalten, man darf nicht mehr selber nominieren. Man kann aber natürlich andere Leute, die noch leben, anstiften, jemanden zu nominieren, weil man da gute Informationen hat, dass das vielleicht eine gute Idee sein könnte. Und man darf im ganzen Spiel nur noch ein einziges Mal abstimmen. Man hat eine sogenannte Totenstimme und die kann man einmal im Spiel noch einsetzen. Und das sollte man auch sich wirklich auch aufheben für einen wirklich relevanten Punkt. Die sollte man nicht einfach so verschwenden, weil dann kann man nämlich gar nicht mehr abstimmen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Toten werden ganz, ganz häufig in diesem Spiel am Ende entscheiden, weil die natürlich auch mit überzeugt werden müssen. Und das ist ein ganz, ganz relevanter Teil dieses Spiels. Ansonsten können auch die Geister in Anführungsstrichen überall mitpartizipieren und alles machen. Und es hat teilweise sogar Vorteile, wenn man tot ist, wenn man zum Beispiel nachts vom Dämon umgebracht wird, ist es meistens eine ziemlich gute Beschädigung, dass man eigentlich ein guter Charakter ist, dem man vertrauen kann. Und viele Charaktere bekommen auch neue Informationen, wenn jemand stirbt. Teilweise die Charaktere selber, dadurch, dass sie umgebracht werden, sei es vom Dämon oder durch die Exekution. Teilweise bekommen aber auch andere Charaktere neue Informationen, je nachdem, was für eine Konstellation da herrscht. Das heißt, es kann unterschiedliche Gründe haben, warum jemand jetzt nominiert wird, warum jemand sterben soll und welche Auswirkungen das dann hat. Und das sollte man irgendwie auch alles mit berücksichtigen. Das ist wirklich ein integraler Teil der Spielmechanik und bedeutet nicht, dass jemand nur nominiert wird, weil man den gerade irgendwie doof findet, sondern das sollte im Idealfall schon tatsächlich auch wirklich eine gute, taktische Argumentation dahinter stecken. In der Regel gibt es übrigens immer ein kleines Spielbrett, das in der Mitte des Stuhlkreises steht. Da könnt ihr dann auch immer sehen, welche Spieler noch leben, welche Spieler schon tot sind und welche Spieler denn eventuell ihre Totenstimme noch haben oder schon abgegeben haben. Das kann man entweder mit den Tokens machen, die in dem Spiel mitgeliefert werden. Wir nutzen da meistens Kerzen. Wenn die Kerze noch brennt, ist man am Leben. Wenn sie aus ist, ist man tot. Und wenn die Kerze neben dem Brett steht, dann hat man seine Totenstimme schon verwendet. Aber das kann man natürlich irgendwie auch mit den mitgelieferten Spielmaterialien machen. Da hat man aber immer den guten Überblick, wie viele Leute leben denn eigentlich noch und wer ist denn eigentlich jetzt schon über die Wupper gegangen. Was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und der ist anders als bei vielen anderen social-didaktischen Spielen, deswegen will ich ihn ja extra nochmal erwähnen. Wenn ihr sterben solltet, dann wird euer Charakter, eure Identität nicht aufgedeckt. Also der Storyteller wird dann nicht sagen, übrigens der Klaus, der jetzt gerade gestorben ist, der war der Totengräber. Das passiert in dem Spiel nicht. Das heißt, ihr könnt auch weiterhin als Toter auch sagen, was ihr wollt und blöffen, welche Rolle ihr seid. Es gibt aber, und da kommt der Totengräber jetzt auch gleich wieder ins Spiel, bestimmte Rollen, die das tatsächlich rausfinden können, welche Rolle man war oder ob man zumindest im guten oder im bösen Team war oder andere Informationen über Tote herausfinden, aber es wird nicht offiziell gesagt, welche Charakter-Token man hatte. Dann möchte ich noch auf zwei ganz, ganz wichtige Mechanismen hinweisen, nämlich betrunken und vergiftet. Das ist spielmechanisch was sehr, sehr ähnliches, aber ist thematisch einfach ein bisschen unterschiedlich. Wenn man betrunken oder vergiftet ist, bedeutet es, dass die Fähigkeit des Charakters nicht mehr funktioniert. Wenn ich zum Beispiel Informationen bekomme, dann kann es sein, dass diese Informationen falsch sind. Es kann sein. Meistens ist es auch so, der Storyteller könnte sich aber auch dazu entscheiden, dir tatsächlich richtige Informationen zu geben. Meistens sind es aber falsche Informationen. Oder wenn du eine bestimmte Fähigkeit hast, dann funktioniert die einfach nicht mehr. Aber du weißt es nicht. Also du wirst, wenn du betrunken gemacht wirst oder wenn du vergiftet wirst, nicht extra darauf hingewiesen, du bist jetzt übrigens betrunken, sondern du wirst dann trotzdem, wenn du zum Beispiel der Mönch bist und jemanden schützen darfst, wirst du nachts aufgewechst, such dir irgendeinen Spieler aus und dann denkst du, der ist geschützt, ist er aber gar nicht. Das heißt, ob man betrunken oder vergiftet ist, kann man dann eventuell durch das, was im Spiel passiert ist, deduzieren und rausfinden. Aber man kriegt es nicht irgendwie gleich gesagt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Mechanik in dem Spiel. Und das Schöne bei Trouble Brewing, wie gesagt, das Einsteiger-Skript, was ihr wahrscheinlich als erstes spielen werdet, gibt es auch nur eine Quelle für Betrunkenheit und eine Quelle, wie man vergiftet sein kann. Das macht das Ganze relativ einfach noch in Anführungsstrichen. Das ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich. Man muss es im Hinterkopf behalten, man muss es in der Deduktion mit berücksichtigen. Aber werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Spiel häufiger spielt, da gibt es dann Skripte, wo es alle möglichen Formen gibt, wie man betrunken sein könnte oder die Informationen falsch sein könnten. Das ist dann schon sehr, sehr herausfordernd, wie man sich dann dadurch dieses Informationsdickig durchkämpft. Das habt ihr, wenn ihr das Spiel zum Ersten spielt, wahrscheinlich nicht. Es gibt in dem Spiel auch noch eine weitere Mechanik, die nennt sich Madness. Das heißt, man ist verrückt. Die werde ich jetzt hier mal ein bisschen ausklammern, weil das wird im Basic Script Trouble Brewing gar nicht vorkommen. Aber sobald ihr dann anfangt, Sex and Wives zu spielen, werdet ihr merken, uh, uh, da ist noch irgendwie deutlich mehr drin. Da kann es nämlich dann sein, dass man mad gemacht wird und dass man bestimmte Dinge behaupten muss, in einer bestimmten Rolle zu sein oder eben gerade nicht behaupten darf. Und das hat dann auch wieder unterschiedliche Konsequenzen, wenn man das nicht befolgt. Auch sehr, sehr spannend. Da gibt es auch viele Diskussionen darum, wie man das dann genau auslegt. Das will ich aber jetzt hier mal ausklammern, weil es für eure erste Partie gar nicht relevant ist. Und was ich auch nur ganz kurz ansprechen möchte, sind so extra Charaktere wie die Traveller, also die Reisenden und die Fabled Charaktere. Traveller, also die Reisenden, sind Charaktere, die man nachträglich in einer Partie hinzufügen kann oder die man verwenden kann, wenn jemand schon weiß, dass er früher vielleicht gehen muss. Und das sind ganz, ganz spezielle Charaktere, die es für jedes Skript gibt. Und wenn jemand einen Traveller spielt, dann wird quasi ganz offen kommuniziert an alle in der großen Gruppe durch den Storyteller, welchen Charakter diese Person spielt und was die Fähigkeit ist. Aber man weiß nicht, ob er zum Guten oder zum Bösen Team gehört. Und der Charakter selber erfährt das natürlich. Und wenn er zum Bösen Team gehört, erfährt er auch, wer der Dämon ist. Und diese Reisenden kann man, wie gesagt, dann nachträglich in eine Partie einfügen oder auch früher wieder rausschmeißen. Das passiert dann eben auch durch einen ähnlichen Prozess wie das Exekutieren. Da wird man quasi verbannt. Das ist das gleiche Abstimmungsverfahren, wo beide auch dann Tote mit abstimmen können. Und das zählt dann auch nicht als Exekution. Und die kommen dann quasi so aus dem Spiel wieder raus. Das ist eben eine Mechanik, die ihr vielleicht gar nicht in eurer ersten Partie erleben werdet. Aber wenn es plötzlich heißt, oh übrigens, die Denise ist jetzt noch mit dabei, die spielt jetzt auch mit diesen Reisenden, dann seid nicht erschrocken. Das kann in dem Spiel tatsächlich auch vorkommen. Und dann gibt es sogenannte Fabled-Charaktere. Die werdet ihr in dem Spiel wahrscheinlich nie sehen, weil die nur im Grimoire drin hängen. Das sind sozusagen einfach nur extra Spielregeln und extra Spielbedingungen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, die dafür da sind, ein Spiel einer bestimmten Situation anzupassen. Wenn zum Beispiel jemand ja nicht so gut mitspielen kann oder ein Neuling ist in einer sonst erfahrenen Runde, wie kann man dem einen Vorteil geben? Wenn man weiß, man hat nur eine gewisse Zeit für das Spiel und es muss schnell gehen. Da gibt es auch eine gewisse Regel. Und die werden durch diese Fabled-Charaktere dann erklärt. Wenn so ein Fabled-Charakter mit dabei ist, dann wird euch der Storyteller das im Vorfeld sagen. Und im Grunde heißt es eigentlich nur, dass eine extra Regel noch mit in das Spiel kommt. Jetzt habe ich schon ganz häufig erwähnt, dass ihr wahrscheinlich Trouble Brewing als erstes spielen werdet. Und das ist auch wirklich mein ganz, ganz klarer Appell. Wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, dann spielt als allererstes Trouble Brewing. Das ist das Einsteiger-Skript. Das ist wirklich deutlich einfacher als die anderen Skripte, die darin vorkommen. Es gibt in der Grundbox, wie gesagt, noch zwei weitere Basic-Skripts, Sex and Violets. Das ist eher für die Leute gedacht, die wirklich sehr, sehr viel mit Informationen umgehen wollen und auch sehr viel Missinformationen. Und dann gibt es noch Bad Moon Rising. Das hat eine sehr, sehr hohe soziale Interaktion zwischen den Spielern. Da muss man auch ordentlich was riskieren. Da sterben wirklich sehr, sehr viele Leute, um überhaupt erst eine Information zu bekommen. Das ist deutlich anspruchsvoller zu spielen. Also wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, unbedingt Trouble Brewing spielen, da werdet ihr an den Rollen auch schon erkennen. Da kommt euch das eine oder andere auch aus anderen Social-Deduction-Spielen bekannt vor. Wie gesagt, der Totengräber, der immer in der Nacht erfährt, wer denn eigentlich gestorben ist. Der Mönch, der jemanden schützen kann und so weiter. Da kommt man relativ schnell rein. Das hat auch den großen Vorteil, dass eigentlich jedes Setup, egal wie man die Charaktere zusammenwürfelt, irgendwie immer gut funktioniert. Und es gibt hier, wie gesagt, auch nur eine Quelle für vergiftet sein, eine Quelle für betrunken sein, nämlich den Drunk, ist ein Outsider in dem Spiel. Und es gibt auch nur einen einzigen Dämon, der auch eine sehr, sehr einfache Fähigkeit hat. Da kommt man wirklich sehr, sehr gut rein und kann dann erst mal lernen, wie generell dieser Ablauf ist und die Struktur und wie da die Informationen fließen in dem Spiel. Wenn ihr mit einem schwierigeren Skript einsteigt, dann könnt ihr wirklich komplett überfordert sein in der ersten Partie. Allein schon deswegen, weil es dann meistens vier verschiedene Dämonen gibt und man gar nicht weiß, welcher Dämon im Spiel ist. Und die haben ganz, ganz unterschiedliche Fähigkeiten und können eine ganz andere Spieldynamik entstehen lassen. Und wenn man dann gar nicht auf der Rechnung hat, was es da überhaupt alles geben könnte und wie die Sachen irgendwie zusammenhängen könnten, dann ist man da relativ schnell aufgeschmissen. Also spielt als erstes Trouble Brewing und wenn ihr das ein paar Mal gespielt habt, dann könnt ihr euch auch weiteren Skripts irgendwie zuwenden, weil sonst ist es wirklich eine hoffnungslose Überforderung. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch neun konkrete Tipps geben, die ihr in eurer ersten Partie vielleicht befolgen könnt, damit ihr einfach das Beste rausholt und eine gute Erfahrung macht. Das Erste ist, versucht Informationen zu sammeln, so viel wie möglich. Wenn ihr eine Informationsrolle schon habt, dann guckt wirklich, was könnt ihr mit dieser Information machen? Könnt ihr irgendjemanden anderen bestätigen als gute Rolle oder könnt ihr jemanden schon verdächtigen? Mit wem würde es denn Sinn machen, sich jetzt zu unterhalten und sich auszutauschen und zu gucken, ob die Informationen valide sind? Wie komme ich an weitere Informationen und was kann ich mit diesen Informationen machen? Wie kann ich das abprüfen ob das stimmt oder nicht? Also man versucht sich auch irgendwie so eine Welt aufzubauen, indem man guckt, wenn der diese Rolle behauptet und der jenes und der diesen Effekt hat, dann müsste dann konsequenterweise das und das passieren. Stimmt das oder widerspricht sich da irgendwas? Wie kann ich diese Widersprüche eventuell auflösen? Was kann ich da machen? Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man diese Informationen versucht irgendwie zu verwalten und miteinander auszutauschen. Es ist schon auch ein Deduktionsspiel. Es ist nicht ein reines Deduktionsspiel. Also ihr könnt dadurch nicht alles irgendwie auflösen. Also diese Sozialkomponente ist schon wirklich auch wichtig. Wer blöft und wer sagt eigentlich was? Aber ihr müsst diese Informationen tatsächlich irgendwie auch nutzen. Und das ist auch schon eigentlich der nächste Tipp. Ihr müsst unbedingt auch in kleineren Gruppen euch unterhalten. Für die Bösen ist es sowieso klar. Natürlich will man irgendwie mit seinen Minions auch mal alleine sprechen, um zu gucken, was bist du eigentlich für ein Minion und was kannst du eigentlich? Wie sprechen wir uns ab? Wer vergiftet wen? Wer bringt wen wann um? Aber auch die guten Spieler müssen auch in kleineren Gruppen sich auch einzelnen Leuten anvertrauen. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst einen sogenannten Hardclaim machen, also jemandem wirklich sagen, ich bin diese Rolle. Willst du mir sagen, welche Rolle du bist? Das kann in manchen Situationen ganz wichtig sein. In anderen will man das vielleicht aber gar nicht unbedingt so ganz konkret sagen. Und da macht man vielleicht ein 2 für 2 oder ein 3 für 3. Also ich zeige quasi der Person, mit der ich rede, drei Rollen und sage, eine von denen bin ich, weil ich irgendwie schon ein bisschen Vertrauen irgendwie fassen möchte, dass du das mal von mir gehört hast, dass ich einer von denen sein kann. Aber ich möchte dir noch nicht ganz konkret sagen, welche Rolle ich bin. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Oft kommt es dann auch zu einem Double Claim oder einem Triple Claim. Man hat also quasi dann gehört, drei Leute behaupten irgendwie, dass sie das Waschweib sind. Das kann ja irgendwie gar nicht sein. Also zwei müssen ja irgendwie bluffen. Und so versucht man eben dann in unterschiedlichen Konstellationen Informationen auszutauschen. Und das ist auch ganz wichtig. Viele sind in dem Spiel am Anfang erstmal zurückhaltend und sagen, ich sage erstmal gar nichts, weil ich weiß ja gar nicht, wie ich vertrauen kann oder ob ich meiner eigenen Info vertrauen kann. Das kann in gewissen Situationen auch hilfreich sein. Aber euch muss klar sein, ihr müsst irgendwie Informationen austauschen, weil nur so kommt ihr weiter. Wenn alle Informationen irgendwie offengelegt werden, dann ist das natürlich total hilfreich. Dann hat man irgendwie ein Puzzle, das man lösen kann. Und klar, man will das auch nicht zu offensiv machen, weil jede Sache, die man in der großen Gruppe allen gleich kundtut, ist natürlich dann nicht nur dem guten Team, sondern auch dem bösen Team bekannt. Und die können dann damit auch arbeiten und das in ihre Bluffs mit einbauen. Deswegen ist eben auch das in den kleinen Gruppen so wichtig. Aber ihr dürft auch nicht zu zurückhaltend sein. Ihr müsst schon irgendwie auch Informationen miteinander austauschen und vielleicht vertraut man auch dann mal der falschen Person, aber auch das kann einen da noch weiterbringen. Dann ein wirklich auch ganz, ganz wichtiger Tipp. Da geht es wirklich auch eher um das Empfinden des Spiels und ob man sich da irgendwie wohlfühlt oder nicht. Der Tod ist nicht das Ende des Spiels. Das ist wirklich nochmal wichtig, das zu erwähnen. Wenn ihr exekutiert werdet oder wenn ihr vom Dämon gekillt werdet, dann habt ihr zwar eure Fähigkeiten nicht mehr und ihr seid ein bisschen eingeschränkt beim Nominieren und auch beim Voten, aber ihr nehmt noch genauso am Spiel teil und ihr könnt da genauso noch Informationen aufnehmen, verarbeiten, weitergeben, könnt irgendwelche Schlüsse ziehen und ihr müsst es teilweise auch als Chance sehen. Wenn man irgendwie stirbt, hat das meistens den Effekt, dass irgendjemand anderes irgendwelche neuen Informationen bekommt oder dass ihr vielleicht sogar neue Informationen bekommt. Es gibt Rollen, die wollen sogar umgebracht werden. Der Raving Keeper, der will in der Nacht vom Dämon umgebracht werden und versucht alles irgendwie so zu blöffen, dass er quasi vom Dämon ausgewählt wird als Ziel. Und das muss man irgendwie auch quasi annehmen und auch als Mechanik irgendwie so umsetzen. Es geht hier nicht darum, dass man einfach irgendwelche Leute rausvotet, weil einem die Nase irgendwie nicht passt und genauso sollte man das auch selber nicht persönlich nehmen, wenn man irgendwie angeklagt wird. Das hat meistens dann schon irgendwelche Gründe, warum die Leute auf die Idee kommen, dass das jetzt eine gute Idee wäre und man sollte dann irgendwie auch halt clever argumentieren, warum man das vielleicht für keine gute Idee hält, aber man sollte nicht Angst davor haben, irgendwie zu sterben. Man kennt das aus anderen Social Redaktions-Spielen, da ist man dann irgendwie raus und darf dann irgendwie nur noch zugucken und hier ist es halt wirklich nicht so, sondern du bist halt bis zum Ende integraler Bestandteil dieses Spiels und wenn du stirbst, kann das auch tatsächlich wirklich einen großen Mehrwert für das entsprechende Team bieten. Also da sollte man keine Angst davor haben. Ein ganz wichtiger Tipp ist auch, man kann aus jeder Rolle was machen. Ich habe das häufiger schon erlebt in Neulingsrunden, dass jemand gesagt hat, ach Gott, ich bin der und der Charakter, ich habe ja gar keine so eine coole Fähigkeit wie mein Nachbar, der kann was viel Tolleres machen und für mich ist das ja total langweilig. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, jede dieser Rollen ist wirklich wichtig für dieses Spiel und du hast irgendwie durch deine Funktion immer irgendeinen Vorteil, den die anderen nicht haben. Selbst wenn du ein Outsider bist, ist es total relevant, dass du das eventuell schon weißt, dass du der Outsider bist und kannst daraus wieder irgendwelche Rückschlüsse ziehen und deine Welt aufbauen. Also nimm die Rolle so an, wie du sie hast und versuch das Beste daraus zu machen und zu gucken, wie kann ich für mein Team jetzt das Beste rausholen. Und es gibt in dem Spiel tatsächlich eigentlich keine schlechten Rollen. Klar hat man unterschiedliche Vorlieben und vielleicht macht es einem irgendwie mehr Spaß, den Totengräber zu spielen als den Heiligen. Aber im Endeffekt kannst du wirklich aus jeder Rolle irgendwas rausholen und das ist irgendwie auch ganz, ganz wichtig in dem Spiel, dass man da nicht verzagt und sagt irgendwie, ach Gott, ich wäre jetzt gern jemand anderes gewesen, sondern dass man da wirklich das Beste rausholt. Dann möchte ich noch ein paar Tipps geben zum Nominierungsprozess. Ihr solltet immer bedenken, dass jeder wirklich nur einmal nominieren kann und nominiert werden kann. Das heißt, wenn ihr wirklich einen ganz, ganz dringenden Verdacht habt, dass jemand der Dämon sein kann, dann solltet ihr auch wirklich die Leute überzeugen, dass sie da jetzt irgendwie dafür abstimmen, weil wenn der euch nimmt, dann ist er für diesen Tag einfach erstmal safe und kann einfach nicht mehr hingerichtet werden. Ihr solltet auch wirklich überlegen, wie viele Stimmen wollt ihr denn zusammenbekommen? Wollt ihr die Mindestzahl zusammenbekommen? Wollt ihr irgendwie richtig viele Stimmen haben? Wollt ihr dafür sorgen, dass das auch nicht überboten werden kann, indem zum Beispiel einfach das Böse-Team eine Gegennominierung macht und alle ihre Stimmen in die Waagschale wirft, um das wieder zu kippen? Ihr solltet auch ein bisschen darauf achten, wer nominiert denn eigentlich oder wer stimmt denn bei welcher Nominierung ab? Also gibt es da irgendwie schon bestimmte Allianzen, die man da feststellen kann? Will jemand versuchen, jemanden auch vom Block irgendwie runterzuholen, der jetzt gleich exekutiert wird? Hat man daraus vielleicht schon irgendeinen Informationsgewinn? Und ihr solltet vor allem wirklich darauf achten, wenn ihr schon tot seid, wann ihr mitabstimmt, weil ihr nur noch eine einzige Totenstimme habt. Und ich habe da wirklich schon viele Partien gesehen, wo Leute einfach dann aus Gewohnheit einfach die Hand wieder gehoben haben und plötzlich haben sie ihre Totenstimme weggeschmissen und es wäre gar nicht nötig gewesen, weil sowieso genug Stimmen zusammengekommen wären. Und dann hat man die halt einfach verbraucht und kann die einfach im ganzen Spiel nicht mehr einsetzen. Also das sollte man irgendwie immer auf der Rechnung haben, dass man da irgendwie sinnvoll mit umgeht. Und eine letzte Sache möchte ich auch noch mitgeben. Ich habe in den Partien, die ich gespielt habe, wirklich häufig erlebt, dass gute Spieler ganz bewusst hingerichtet werden mit der Argumentation, dass man sagt, naja, das ist eine Rolle, die hat ihre Fähigkeit schon verbraucht, die kann jetzt sonst irgendwie nichts mehr, dann bringen wir doch irgendwie lieber diese Rolle hin. Und das kann unter Umständen schon relevant sein, vielleicht um diese Rolle auch zu bestätigen oder weil man einfach keine wirklich bessere Alternative hat und jemand anderes einfach vielleicht eine gute Rolle sein könnte, die man nicht opfern möchte. Aber im Großen und Ganzen macht es schon eher Sinn, Leute umzubringen, bei denen man auch zumindest den Verdacht hat, dass er auch böse sein könnte. Weil wenn das gute Team die ganze Zeit nur gute Leute umbringt, dann spielt man natürlich den bösen Team in die Karten. Auch das habe ich schon erlebt, dass eine Partie irgendwie in den ersten drei Tagen so geendet ist, dass quasi immer das gute Team auch gute Leute umgebracht hat und dann hatte das böse Team wirklich leichtes Spiel und konnte sehr, sehr einfach gewinnen. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Es sollte nicht ein Grundreflex sein, zu sagen, naja, jemand hat in der ersten Nacht schon Informationen bekommen, der kriegt ja keine weiteren mehr, der ist entbehrlich, lass uns mal den einfach umbringen. Das sollte schon immer auch überlegt werden, ob es nicht noch einen besseren Kill gibt. So, jetzt ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Habt keine Panik, wenn ihr ein rotes Token aus dem Beutel zieht. Das ist so eine gastrische Reaktion. Man zieht irgendwie das Dämon-Token raus und dann ist die Pulsfrequenz erstmal auf 130, weil man total aufgeregt ist, weil man ja jetzt ja lügen und blöffen muss und weil man ja irgendwie das ganze Spiel in der Hand hat. Aber erstmal durchatmen, relaxen. Ihr kriegt in der ersten Nacht drei Bluffs. Die schaut ihr euch dann ganz gemütlich an, sucht euch eine Rolle aus, überlegt irgendwie, wie diese Rolle irgendwie zu spielen wäre und blöfft erstmal erst diese Rolle. Dann versucht ihr in den ersten ein, zwei Tagen mit euren Minions ins Gespräch zu kommen, vielleicht nicht zu auffällig. Also ich würde nicht als erstes aufstehen am ersten Tag und sagen, Michi und Petra, wir müssen sofort alleine reden. Das ist vielleicht ein bisschen zu auffällig. Aber ihr solltet die Gelegenheit nutzen, euch mit den Minions auszutauschen, rauszufinden, welche Charaktere die haben. Die Bluffs irgendwie untereinander austauschen und euch ein bisschen strategisch abstimmen und dann wirst du sehen, das läuft dann auch alles schon. Also man ist da nicht irgendwie sofort auf dem Präsentierteller und man kommt da relativ gut rein. Also ich würde als erstes beim Daemon, wenn man das Token zieht, einfach erstmal relaxen, tief durchatmen und erstmal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wenn du ein Minion-Token rausziehst, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast den Jackpot gezogen, weil du hast in der Regel eine Rolle, die sehr, sehr coole Fähigkeiten hat, mit der du sehr, sehr viel Chaos anstiften kannst. Aber wenn du stirbst, ist das Spiel noch nicht vorbei. Also deine Rolle ist es, den Daemon zu schützen. Da kannst du dich auch selber vor den Bus werfen. Also du hast eigentlich gar nicht so viel Verantwortung und kannst eigentlich machen, was du willst. Da kannst du den inneren Heath Ledger in dir channeln und einfach versuchen, möglichst viel Chaos im Dorf anzurichten, viele Missinformationen zu streuen und alles durcheinander zu bringen. Und da kannst du dich auch selber in Gefahr begeben, weil du damit das Spiel noch nicht für dein Team verlierst. Also das ist wirklich eine der schönsten Rollen, die man spielen kann. Da braucht ihr auf alle Fälle gar nicht aufgeregt sein. Ein nächster wichtiger Punkt, der mir am Herzen liegt. Ich habe ganz, ganz häufig schon erlebt, gerade in Anfängerrunden, dass irgendjemand blöfft oder nicht die Wahrheit sagt und sofort alle draufgehen und sagen, okay, der hat nicht die Wahrheit gesagt, der muss einer im bösen Team sein. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum man auch als guter Spieler blöffen sollte. Und das wird in diesem Spiel auch sehr, sehr häufig vorkommen. Es gibt Rollen, die wollen einfach nicht, dass alle schon wissen, wer man ist, weil man einfach das Dorf dadurch schwächen würde, wenn das böse Team sofort erfährt, wer man ist. Also werden die auch blöffen. Und das heißt, ihr solltet irgendwie auch die Chance ergreifen, wenn ihr eine gute Rolle seid, eventuell auch das anzunehmen und zu sagen, ich erzähle jetzt nicht gleich jedem, wer ich bin, sondern ich blöffe vielleicht eine ganz andere Rolle. Und ihr solltet auch nicht, wenn irgendjemand offensichtlich blöfft oder nicht die Wahrheit sagt, sofort davon ausgehen, dass der im bösen Team ist. Das kann viele verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Und das sollte man immer auch mit berücksichtigen. Davon lebt tatsächlich dieses Spiel. Was ich auch sehr oft erlebe, gerade in Anfängerrunden, ist, dass ganz, ganz viel Metainformationen fließt, die mit dem Spiel eigentlich gar nicht so viel zu tun haben und die dann einen eher auf die falsche Strecke bringen kann. Wenn es zum Beispiel irgendwie heißt, ja, der Simon ist garantiert der Dämon, der war letzte Woche schon Dämon. Oder die Caro, die blöfft immer gut, die sollten wir also erst umbringen. Das kann dann auch mal ganz witzig sein, wenn so ein Running Gag sich da etabliert. Aber man sollte nicht darauf basierend ständig seine Entscheidungen treffen. Nur weil Simon letzte Woche der Dämon war, der kann auch die letzten 20 Mal der Dämon gewesen sein. Das heißt noch lange nicht, dass es heute wieder ist. Also man sollte schon auch irgendwelche konkreten Informationen haben, irgendwas, mit dem man arbeiten kann, warum man vielleicht jemanden verdächtigt oder nicht verdächtigt. Das kann, wie gesagt, auch sehr lustig sein und die Stimmung auch erheben. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass dann so ein bisschen auch eine negative Stimmung entsteht, wenn zu sehr auf irgendeiner Person irgendwie rumgehackt wird, die ja gar nichts dafür kann, weil sie kann ja irgendwie auch nicht was anderes sagen, außer ja, es stimmt, letzte Woche war ich böse, aber heute bin ich es nicht. Also das sollte man irgendwie sagen, ja, dass Blattende Clocktour ein Spiel ist, bei dem Deduktion schon ein wichtiges Element ist und man sollte auch immer gucken, welche Informationen habe ich denn wirklich. Klar ist es auch wichtig, wie reagieren Leute in bestimmten Situationen und hat man das Gefühl, die sagen, damit ist die Wahrheit oder nicht. Aber man sollte irgendwas Konkretes schon in der Hand haben, wenn man jemanden verdächtigt. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen wichtigen Punkt machen, nämlich das Ganze ist nur ein Spiel. Ihr seid hier zusammengekommen, um einen coolen Spieleabend zu erleben mit einem großartigen Spiel. Da geht es auch heiß her. Das ist ein immersives Spiel, da kann es auch mal emotional zur Sache gehen. Da fuchst man sich richtig rein und will rausfinden, was eigentlich los ist. Da ist man dann irgendwie überrascht, weil jemand einem die Unwahrheit gesagt hat oder fühlt sich vielleicht auch mal hintergangen. Aber das muss man dann irgendwann auch einfach alles liegen lassen. Und man muss einem irgendwie schon klar sein, wir sind hier zusammengekommen, um einen schönen Abend zu erleben und gemeinsam irgendwie Spaß zu haben. Und müssen Sachen, die im Spiel passieren, auch im Spiel dann auch irgendwann bleiben. Und man sollte irgendwie auch einfach mit Respekt mit den anderen Leuten umgehen und auch wirklich gucken, dass sich alle wohlfühlen. Dann wird es ein richtig geiler Abend. Da darf man auch nicht zu verbissen sein. Egal, ob man jetzt irgendwie jemand angreift oder ob man selber exekutiert wird. Das gehört zu dem Spiel alles dazu. Aber am Ende geht es darum, dass wir alle einen schönen Abend verbringen. Das waren jetzt noch neun Tipps von mir, die euch hoffentlich helfen, sehr gut in dieses Spiel einzusteigen. Ich liebe Blandung der Clocktower. Ich finde es ein absolut großartiges Spiel. Es ist nicht ganz, ganz einsteigerfreundlich. Also so ein bisschen braucht man auch. Und wenn die erste Partie nicht so läuft, dann spielt man noch eine zweite und eine dritte, dann könnt ihr erst so richtig irgendwie sehen, ob das was für euch ist oder auch nicht. Ich hoffe aber, dass ich in dem Video wirklich einiges an Informationen rübergebracht habe, die euch helfen, dass ihr eine richtig coole Ersterfahrung mit dem Spiel macht. In dem Sinne, viel Spaß bei eurem nächsten Abend in Ravenswood Bluff. Bis dann.